Jo, die Bienen beim Höseln von Schneeheidepollen, herrlich. Hier die dunkle Biene F1. Ja, die gesamte Heide ist voller Bienen, sehr schön. Bei kalten 5 Grad. Wärmer ist es hier zur Zeit nicht. Da lacht das Imkerherz. Wie sieht es bei euch aus, meine lieben Bienenfreunde? Ich hoffe, bei euch sind die Bienen auch am Fliegen hier. Ja, es ist Frühling. So, euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.